Ich wollte nur einfach mal kurz Bescheid sagen, dass ich mich nicht für Fußball interessiere. Fußball ist dieses Spiel, was mit dem Körperteil gespielt wird, das am weitesten weg vom Gehirn ist. Und das ist eben kein Denksport, so wie Schach oder so, sondern da geht es sich halt einfach nur darum, ein rundes, in ein eckiges zu schießen. Und ich fand das immer schon sehr seltsam, dass man sich da so viel begeistern kann, aber gut. Dies hier sind elf. Also das ist die Elf. Also elf kennt man von anderen Sendungen eigentlich, aber das sind die Elf, die dann hier für eine gewisse sogenannte Nation spielen, obwohl eigentlich in der EU ja alle vereint sind. Aber hier wird so getan, als wenn die Nationen bestehen würden. Ah, guck mal hier. Ich habe hier schon ein paar entdeckt, die sehen so total europäisch aus. Und ich finde das auch ganz gut, dass die modisch unterwegs sind, so mit Orangen oder mit pinkfarben Schuhen. Sehr, sehr schick. Also zu meiner Zeit, 1974, WM in München, da sahen die alle noch ein bisschen anders aus. Aber gut, so hat sich das halt alles europäisiert. Aber ich will jetzt gar nicht auf die Elf kommen und den Elfmeterraum mit dem Elfmeter, sondern mir ist was anderes aufgefallen. Da ich mich ja überhaupt nicht dafür interessiere und immer dann vorsichtig bin und überlege, wenn ich dann abends unterwegs bin und draußen ist mucksmäuschenstill, muss Fußball sein. Das heißt, die maximale Menge an Menschen da draußen, die Mehrheit eben, die Schweigende sozusagen, die sitzt dann an den Fernsehgeräten und ist dann total fasziniert, dass also dann 22 Millionäre hinter einem Ball hinterherlaufen, der von UNESCO, glaube ich war das gewesen, dann als Sonnensymbol identifiziert worden ist. Also genauso wie die Monstranz. Dieses runde Etwas hier. Und das ist auch einer, der heißt Franz, aber nicht Beckenbauer, sondern eben Jorge Borgoglio. Eigentlich heißt der Jorge, aber er nennt sich halt Franziskus. Gut, also er hat auch etwas Rundes hier in der Hand und was Eckiges obendrauf, aber das Runde muss dann nicht in das Eckige. Das Runde soll dann eigentlich symbolisieren, dass es dann die Sonne ist, diesen Sonnenkranz, auch Corona genannt im Übrigen. Aber das ist auch nicht unser Thema. Unser Thema ist, ich bin ja mal gespannt, was am Sonntag passiert, denn Sonntag ist ja Finale. Da es ja nicht geklappt hat mit der deutschen Mannschaft, wie denn auch, wenn hier der schwarze Balken ganz oben ist, also geistig einfach tot ist in Deutschland. Nein, nein, die Flagge sah nicht immer so aus. Gegen Spanien hätte mich das ja auch sehr gewundert, wenn man da gewonnen hätte. Denn ich glaube, das hat schon seinen Grund, warum in Spanien so alles gut läuft. Zumindest im Augenblick gut läuft. War ja nicht immer so. Aber Spanien hat immer richtig viel Glück gehabt. Man denke an den Zweiten Weltkrieg. Da gab es mal vor dem Zweiten Weltkrieg so Scharmützel mit so einem Bürgerkrieg-mäßiges. Erinnere ich mich mal an so ein Bild von Picasso. Guernica. Hat mit Spanien zu tun. Guernica ist ein 3,50 Meter x 7,80 Meter großes Gebäde von Pablo Picasso. So, er entstand 1937 als Reaktion auf die Zerstörung der spanischen Stadt Guernica durch den Luftangriff der deutschen Legion Condor. Mit einem Olivenzweig, genau. Woher kennen wir das? Ja, vom Symbol der UN. So sieht das Dingens aus. Hier auch wieder mit so einem interessanten Sowohl hier oben. Na gut, auf jeden Fall. Das war also dann vor dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg hat Spanien jetzt nicht so richtig mitgemischt. Und das ist auch nicht allzu weit verwunderlich. Denn genau aus demselben Grunde habe ich mir die Fußballgeschichten angeguckt. Spanien gegen Deutschland. Hier gibt es einen großen Unterschied. Oder gab es zumindest mal im Mittelalter einen großen Unterschied. Vielleicht klickert es ja jetzt. Aber gut, wir gehen mal weiterhin zu der großen Sache, die am Sonntag kommt. Das Finale. Spanien gegen England. Ich wüsste ja, auf jeden Fall ich tippen würde. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, das Symbol für England, ein rotes Kreuz. Rotkreuz. Uiuiuiuiui. Früher, also vor ein paar hundert von Jahren, wo also der Buchdruck so erfunden worden ist. Da gab es zwei Nationen, die so als Wiege der Heretiker quasi so bekannt waren. Also der Protestanten gegen den Papst. Das war zum einen mal Deutschland. Speziell Martin Luther. Speziell Buchdruck. Gutenberg. Und zum anderen England. Der König Jakobus. King James Bibel. 1611. Oder der große Sturm. Nicht auf die Bastille. Nein, das ist ein anderes Land. Nein, der große Sturm. Das war ein bisschen früher als die französische Revolution. Das war 1588, wo die spanische Armada unter dem Befehl des König Philipp II. von Spanien aussandte, um England zu erobern und dessen Königin Elisabeth zu stürzen. Und das hat nicht geklappt, weil ja dann ein wahnsinniger Sturm aufkam und dann eben die kleinen beweglichen Boote der Engländer im Vorteil gewesen sind. Und da gab es noch andere Sachen, wie die Pulververschwörung und so. Aber das ist jetzt die eine Sache. Wichtig ist, weil es soll ja hier kurz und knapp sein, wichtig ist jetzt, ist interessant, dass Spanien eigentlich so das mit erzkonservativste katholische Land überhaupt ist. Zumindest in Europa. Wenn wir jetzt mal von Italien vielleicht absehen. Aber das ist interessant, die haben ja im Zweiten Weltkrieg auch jetzt nicht so, ne? Ne, haben die nicht. Nicht so wie Deutschland. Nicht so wie Belgien. Ne, 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 ne. Nicht so wie Frankreich. Also, wir haben jetzt hier im Endspiel ein katholisches Land, Spanien, gegen ein vormals, heutzutage ist ja alles anders, der Bürgermeister von London ist ja auch ein Muslim, also ein katholisches Land gegen ein früheres protestantisches Land. Wer soll denn da gewinnen? Ich hätte da eine Idee. Weil aus Spanien kommt nämlich etwas, was so die katholische Kirche total gut gefunden hat, im 16. Jahrhundert. Und das sind die Jesuiten. Deren Gründer? Ignatius von Loyola. Ignatius, Ignatio, Lopez, Lupus, der Wolfen, Schafspelz. Ignatio, der war ein Spanier. Ja, ja, ein spanischer Krieger, wenn man so will. Und auch adelig, ne, von Loyola. Und deswegen haben die Jesuiten dann damals so die Gegenreformationen eingeläutet für die katholische Kirche, haben also die Heretiker, die Protestanten bekämpft. Das heißt also, wenn man so will, ist jetzt Spanien die Wiege der Jesuiten. Und guck mal, die Jesuiten haben auch diesen Sonnenkranz, ne, Corona genannt, ne, genau wie bei der Monstranz vom Papst. Und die Jesuiten stellen ja jetzt auch den Papst, genau wie jetzt den schwarzen Papst so genannten, sind ja beides Jesuiten, ne. Aber jetzt muss ich einfach nur mal kurz überlegen und sagen, Moment mal, unser jetziger Papst, also nicht meiner, sondern der, äh, eben der Antichrist, ne, Jesus ist der Christus und der Papst ist der Gegenspieler und auch die Vertretung, da, so gibt er sich ja aus, aber ist in der Bibel eben nirgendwo zu finden, also ist wieder Lug und Trug. Der kommt aus Argentinien, ist ja auch so ein Fußballland, oder? Argentinien steht doch im Fußball ziemlich weit oben. Hm, und was passiert jetzt, wenn ein erstkatholisches Land wie Spanien gegen ein früheres protestantisches Land wie England jetzt da spielt? Wo würde denn jetzt das Geld hinfließen, wenn man jetzt überlegt, dass der Vatikan so die meisten Besitztümer hat und dass dem also ganz viele Ländereien alles gehören? Wo kann man denn jetzt wirklich maximal jetzt vermuten, dass es da vielleicht so eine Unterstützung gäbe, wenn es die gibt? Wir gehen natürlich jetzt hier von absolut sauberen Spiel aus, klar. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich würde mich nicht wundern, wenn eins von den beiden Ländern hier gewinnen würde, auf das ich gerade tippe, was mir völlig egal ist, weil ich da nicht so wette und ich werde mir auch keine Minute von diesem Spiel angucken. Aber wir haben jetzt Freitag, 16.46 Uhr, wir haben also jetzt zwei Tage vor dem Finale. Und ich fand das so interessant, dass wir also jetzt immer hier Spanien haben als erstkatholisches Land und Land der Jesuiten gegen ein früher protestantisches Land. Deutschland und England. Ich sage absichtlich früher protestantisch. So viel mal dazu. IAS. Das heißt nicht Jesu Mabemus Sozium. Das ist das, was die Menschen da erzählen. Die erzählen ganz viel Unfug. Die sind nicht umsonst verboten gewesen. Ja. Das heißt, in diesem Zeichen sollt ihr siegen und nichts anderes. Und um Sieg geht es ja wohl auch um Fußball, oder? Also. Gucken wir mal. Sonntagabend wissen wir alle mehr. Wer denn da gewonnen hat. Eins weiß ich nur, obwohl mich Fußball nicht interessiert, weiß ich, wer am Schluss gewinnt. Wer am Schluss gewinnt, steht in der Bibel, das ist Jesus Christus. Und das ist der, der auf der ganzen Welt hier bekämpft wird. Und deswegen gibt es so ganz kleine, klitzekleine Kanälchen, so wie meinen, die eben da jetzt die Stimme erheben und dann einfach darauf warten, dass dieser ganze Spuk mit diesem ganzen Quark irgendwann ein Ende hat. Das reimt sich sogar. In diesem Sinne. Guten Abend. Und Maranatha. Möge Jesus Christus relativ bald zurückkommen. Und von Maranatha. Das ist nicht so. Und hier bin ich ein bisschen Dramat. Du auf einmal. Und was war sagt, dass gelange attracted. Und dass sich noch Deis damit authorsen. Und die Reichweitevidend antigen Time wraps up den pauseen. Und dann habe ich das Rogers durch. Und wenn das Rottens steigt wieder sind, dann diyor, dass wir noch die Stimme angehen und die haben losgegeben werden. De pueblo nachdemokratieben. Und wenn Sitzig oder alles Misture drehen kann, klar.